Ja, sag erst mal Hallo zu euch, schön, dass ihr da seid. Freue mich sehr, ihr habt die Stunde mit euch. Und ich würde erst mal auf, es sind so vier, fünf Fragen vorab eingegangen, die würde ich erst mal, ich mache die Mikrofone mal wieder aus. So, genau. Die würde ich vorab erst mal beantworten. Ich weiß jetzt nicht, ob die Teilnehmer dabei sind, Teilnehmer oder Teilnehmerinnen dabei sind, deren Frage gestellt wurde. Ich gehe da auch allgemein drauf ein. Es gab zum einen die Frage, was wir oder ich von diesen, wie heißen die noch, ich muss mal gerade schauen, Metaflore-Flow-Stoffwechsel-Shakes halte. Und zwar, ich habe mir die mal angeschaut. Es gibt ja sowieso jede Menge von irgendwelchen Abnehmen, Proteinen, Shakes und Shakes, die einfach satt machen sollen und eine Mahlzeit ersetzen können. Diese Metaflore-Shakes habe ich mir angeschaut, die sind okay, die enthalten in der süßen Version halt auch Süßungsmittel zum Beispiel, Sucralose, was halt schon ein Süßstoff ist, ein synthetisch hergestellter Süßstoff ist und eher so mitteloptimal ist. Es enthält Aromen, die meistens auch synthetisch hergestellt werden. Aber letztendlich ist es in Ordnung, wenn es jetzt nicht unbedingt täglich oder zweimal täglich als Mahlzeitsersatz dient, sondern ich plädiere tatsächlich immer für was Lebendiges, für eine wirkliche Mahlzeit, für was frisch Zubereitetes. Aber ja, manchmal muss es schnell gehen und dann ist auch so ein Shake mal in Ordnung. Ich finde zum Beispiel die Protein-Shakes von Vivo Live, ich kann euch die mal in den Chat schreiben, wie die heißen. Das ist jetzt kein Abnehm-Shake oder so, aber das ist ein gutes Protein-Pulver auf pflanzlicher Basis. Das gibt es in Vanille oder Schokolade oder auch anderen Geschmacksrichtungen. Die enthalten aber nur natürliche Inhaltsstoffe, natürliche Aromen und natürliche Süßungsmittel, also Stevia-Glucoside, also natürliche Extrakte. Und die würde ich empfehlen, die kann man halt auch zum Beispiel ganz gut mit dieser Fly-Erbsenmilch anrühren und shaken. Dann sind die auch so ein bisschen sättigender oder man macht sich mal so eine halbe Banane dadurch. Ich finde dann auch schon, dass das ein wunderbarer Mahlzeitsersatz sein kann. Also die finde ich jetzt persönlich besser als die Metaflow-Shakes, aber auch die sind in Ordnung. Jetzt hörst du mich. Wunderbar. Okay, jetzt lese ich das gerade. Okay, das hatte ich gerade jetzt gelesen. Okay, dann kam auch die Frage hier rein, dass seit der Ernährungsumstellung man sich so ein bisschen aufgebläht fühlt und es viele Linsen-Nudeln, Kichererbsen-Nudeln, Quinoa gegessen werden und mehr Proteine im Allgemeinen. Also da würde ich auf jeden Fall sagen, natürlich ist das erstmal ernährungsbedingt. Die Frage war auch, kann das an dem Essen liegen? Ja, natürlich. Je nachdem, wie du vorher gegessen hast, ist natürlich klar, dass sich deine ganze Verdauung, den Magen und alles erstmal umstellen muss. Und klar, wenn es mehr Proteine sind oder sowas wie Linsen-Nudeln, Kichererbsen-Nudeln, ist das auch erstmal anders verdaulich. Vielleicht da erstmal gucken, ob man da nicht zu viel auf einmal, denn man möchte dann immer sehr viel Gutes und stellt dann alles um und Linsen sind grundsätzlich so, sind okay verdaulich. Aber wenn ich vielleicht ein bisschen empfindlichen Magen habe oder gerade vieles umstelle, vielleicht da mal schauen. Es gibt auch wunderbare Reisspirellys, also Vollkorn-Reis-Nudeln, die man auch ganz gut ersetzen kann, wenn man auf Gluten freigehen möchte. Oder halt andere Gemüsesuppen, finde ich immer super, die so ein bisschen milder sind. Oder ein leichtes Ofengemüse. Also da schauen oder vielleicht einfach, ja, also eine leichte Suppe, ein leichtes Gemüsecurry. Ich bin auch tatsächlich Fan von irgendwie kleiner Portion Rührei. Ich finde, die sind auch sehr, sehr bekömmlich und auch wohltuend für den Magen. Also da zu schauen, dass nicht so viel auf einmal verändert wird, sondern ganz langsam, wir haben ganz viel Zeit. Da ist die kleine Maus. Ganz viel Zeit. Und deswegen achtet da gut auf euch. Viel trinken. Was finde ich auch nicht hilft, wenn der Bauch so ein bisschen aufgebläht ist. Es gibt so total tolle Verdauungstees, Magen-Darm-Tees von Salus zum Beispiel. Oder Salvus, genau, Salvus aus dem Reformhaus, diese Kräutertees. Verdauungstees, ich kann das auch mal, Salvus heißen die, oder Salus, nee, Salus, Entschuldigung. Salus, genau, Verdauungstees, ich schreibe es mal rein. Oder auch das sind Lebergalle-Tee. Die gibt es im Reformhaus, aber es muss nicht der sein. Es gibt auch in der Drogerie auch gute Verdauungstees. Aber die finde ich persönlich sehr gut, weil die eine hohe Qualität haben und wirklich auch effektiv sind. Und die sind auch sehr wohltuend bei Blähungen oder wenn man so einen aufgeblähten Bauch hat. Gerade diese Bitterstoffe, die da drin sind, die regen dann auch so ein bisschen die Leberaktivität an. Das tut total gut. Also die kann ich dann sehr empfehlen. Oder auch so eine leichte Bauchmassage. Wirklich so ganz entspannt hinlegen und den Bauch so sanft von unterhalb des Bauchnabels. So rechts rüber. Hier so vormachen, so leicht mal rummassieren. Das ist auch sehr wohltuend. Da gibt es auch Fenchel-Kümmel-Öle in Apotheken zum Beispiel, die nochmal unterstützen. Aber es reicht auch, wenn ihr einfach ein bisschen Kokosöl, neutrales Öl nehmt und einfach so sanft massiert. Und zum Beispiel Verdauungsteed trinkt. Und dann kann sich das langsam auch wieder mildern. Das muss sich alles ein bisschen umstellen. Genau. Das zu dem Thema. Und dann kam auch die Frage, ob Tiefkühlkost in Ordnung ist. Weil hier eine Teilnehmerin ist, die einen sehr, sehr stressigen Alltag hat. in der Führungsposition und wenig Zeit hat. Und klar, Tiefkühlkost oder Tiefkühlgerichte, gerade wenn es halt Gemüsegerichte sind. Es gibt ja mittlerweile auch wirklich gute, kann man ja auch sagen, von Froster zum Beispiel, die sehr, sehr wenig Zusatzstoff beinhalten, also relativ naturbelastend sind. Die kann ich sehr, sehr gut empfehlen. Also da gibt es viele verschiedene Gerichte mittlerweile. Da gibt es auch was mit Hähnchen oder Garnelen. Die sind auch fast alle ziemlich gut. Also da könnt ihr gerne mal schauen. Da ist sicherlich was dabei und das ist auch völlig in Ordnung, weil Tiefkühlkost auch tatsächlich noch viele Nährstoffe enthält. Wenn ich mich jetzt nur davon ernähren wollen würde, würde ich sagen, ich weiß nicht. Weil jetzt mal rein energetisch betrachtet, hat Tiefkühlkost natürlich auch immer diese Kälte in sich, wenn man es mal so ein bisschen auch aus der TCM, aus der traditionellen chinesischen Medizin sieht, was ich auch immer gerne so alles ein bisschen mit einbeziehe. Hätte ich persönlich so das Gefühl, wenn ich mich jetzt nur von Tiefkühlkost ernähre, so auch im Winter, es ist schon ein Unterschied, ob ich mir wirklich einen Gemüseeintopf koche und der so richtig erhitzt ist und der spendet mir natürlich auch Wärme und Energie. Also wenn natürlich keine Zeit da ist, ist es gut, auf Tiefkühlkost zurückzugreifen, besser als auf irgendeinen anderen Fastfood, eine Pizza oder irgendwas in der Mittagspause oder einfach immer nur belegte Brötchen. Aber auch da gucken, da kam mir jetzt wirklich auch diese Frage, es ist ein stressiger Alltag, ich habe keine Zeit, ich habe nur zehn Minuten Zeit zum Essen. Aber das ist natürlich eigentlich auch das, wenn ich auch, selbst wenn ich in diesen zehn Minuten versuche, mich so gut gesund wie möglich zu essen, wenn das drumherum halt nie stimmt und ich nie Ruhe habe für eine entspannte Mahlzeit, also dann kann ich eigentlich so versuchen, so gesund wie möglich zu essen, das ist schwierig, weil unser ganzer Organismus natürlich damit zusammenhängt. Also wir brauchen halt auch Ruhezeit und wir brauchen auch mal Mahlzeiten, die wir bewusst genießen. Das schaffen wir nicht immer, aber auch das, das ist halt auch eine Form, wirklich auch für mich eine Priorität, auch eine ganz große Form von Selbstliebe, die ich mir vielleicht wenigstens einmal am Tag schenken sollte, eine Mahlzeit am Tag bewusst zu genießen. Also ich kenne das auch, ich setze mich auch gerne an Laptop und esse nebenbei. Das ist praktisch, dann kann man nebenbei noch was machen, aber das ist so nebenbei reingeschoben. Man isst dann oft mehr und man ist hektischer. Und vielleicht könnt ihr das mal so als eine, ja, Vorsatz, eine Übung, so eine Mahlzeit am Tag wirklich bewusst genießen. Ohne Handy, ohne Zeitung, ohne irgendwas dabei. Und wenn es dann auch nur diese zehn Minuten sind oder 15 Minuten, das ist ein ganz anderes Erlebnis. Und das nimmt deinen Körper auch ganz, ganz anders auf. Also das ist echt eine Herzensempfehlung von mir. Da so ein bisschen, ich weiß, dass es nicht immer umsetzbar ist, aber auch das ist super wichtig, dass wir allgemein uns auch Ruheanker suchen im Alltag. Und nicht immer nur durch den Tag rennen. Dann hilft uns auch, natürlich unterstützt uns da die gute Ernährung, aber das alleine reicht dann halt auch nicht. Also es ist immer was ganzheitliches, unsere Gesundheit und der ganze Prozess. Ich bin da leichter, tiefgefrorenes, ja. Ah, okay, der Beitrag kam von dir. Mittags Gemüsegefrorenes machen, so war die Woche Opa-Geschneubel, Salate, Spat-Geschneubel ist okay. Gut, wenn dir Salate jetzt reichen als im Winter, wie gesagt, ich bin auch echt fern davon, mal so ein Gemüse-Eintopf oder Curry zu kochen abends, wenn da die Zeit ist, ein bisschen größere Portionen, und dass auch noch mal was warm ist. Salat ist schön und gut, aber es ist nicht immer best case. Also da auch achten, dass ihr auch genug Nährstoffe zu euch nehmt, genug auch Energie in Form von Kalorien, dass es nicht zu wenig ist. Man will ja immer gerne, wenn man gerade Gewicht reduzieren möchte, so wenig wie möglich, aber da muss auch genug Energie zugefügt werden, damit der Körper auch wieder gerne was abgibt. Das nochmal auch als, mir liegt das Keim von Kräutern am Herzen. Dann sage ich auch gleich noch was zu. Okay, das zum Thema Tiefkühlkost. Wunderbar. Meine Fragen sind gerne hier in den Chat, genau. Oder ansonsten mache ich auch gleich die Mikros wieder an, dann können wir auch so ein bisschen reingehen. Es kommen mir gerade viele Fragen. Ich schaue die gleich durch. Ich gehe jetzt nochmal kurz auf die, es kam noch eine Frage von einer Teilnehmerin, die heute aber nicht dabei sein kann. Ich möchte die aber trotzdem beantworten. Die fragt nämlich, ob das stimmt, dass Bananen auch Fettkiller sein können. Habe ich tatsächlich so noch nicht gehört. Es gibt natürlich unterschiedliche Reifegrade der Bananen. Und wenn wir Bananen in einem relativ unreifen Stadium essen, also wenn die nach Grün sind, die ich persönlich gar nicht mag, tatsächlich dann ist es so, dass sie natürlich viele Ballaststoffe enthalten, die gut für sind für unsere Verdauung. Und auch viele Mineralien und Spurenelemente und so weiter. Trotz allem würde ich so eine Banane jetzt nicht unbedingt als Fettkiller bezeichnen. Das ist ein Lebensmittel, das wir auf jeden Fall integrieren können, das wir nicht unbedingt überreif zu uns nehmen können, weil dann enthält es sehr, sehr viel Fruchtzucker. Und dann triggert das auch unseren Insulin, unseren Blutzuckerspiegel. Aber Bananen könnt ihr gerne genießen. Aber ich würde die tatsächlich nicht unbedingt als den Fettkiller bezeichnen. Ich schaue mal eben gerade. Dann ging es noch um Wasserfilter. Da gehe ich auch gleich noch drauf ein. Genau, jetzt schaue ich mal kurz hier durch den Chat, was ihr noch für Fragen habt. Genau, ich mag Salat mit Fisch und Geflügel. Das ist auch wunderbar. Das hast du doch geschrieben, Silke. Ich kombiniere auch mit, genau. Ja, mit Froster und so. Also die Produkte kann ich wirklich empfehlen. Und wenn ihr das vielleicht sogar noch ein bisschen kombiniert, mit anderen, mit wirklich noch mal ein bisschen frischem Fisch oder Geflügel oder Salat dazu. Genau. Das Selberziehen über Keimen von Kräutern. Genau, ich glaube, du hattest die auch gestellt, die Frage, Beate, ins Forum, mit der Kresse. Also Kresse, ich muss gestehen, Kresse habe ich tatsächlich auch noch nicht selber gezogen. In einem Glas. Es gibt ja diese Teller, auf denen man Kresse ziehen kann. Da muss ich sagen, Kresse kaufe ich mir tatsächlich gerne fertig. Aber andere Dinge keime ich gerne. Also es gibt ja so Keimgläser. Also bei Kresse bin ich leider kein Profi. Da kann ich dir nicht den Tipp geben, wie du es besonders gut machst. Da würde ich jetzt auch tatsächlich im Internet recherchieren und dir da den passenden Artikel schicken. Ich kann das gerne noch mal tun. Aber ich finde das ein bisschen, ich habe es mal versucht und ich fand das so ein bisschen frustrierend, weil es nicht so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Da habe ich mir gedacht, ey, dann kaufe ich halt die fertige Kresse. Mein Gott, die ist ja nicht teuer und die ist auch gut. Im Bioladen würde ich es kaufen. Dann braucht ihr euch diesen Stress von Kresse selber Keimen nicht machen. Aber probiert es gerne aus. Ich habe auch eine Freundin, die macht das regelmäßig irgendwie selber. Bei der sehe ich immer irgendwie frische Kresse in der Küche stehen. Ich bin Fan von diesen... Ach, das habe ich gerade nicht hier stehen bei mir. Ich habe ja so... Kann ich euch mal von Eschenfelder... Ich schreibe den Namen einfach nur mal rein. Ich jetzt... Eschenfelder. Das, wenn man da mal schaut im Netz, da gibt es... Die haben ganz wundervolle Keimgläser. Die sehen auch schön aus. Die hat man gerne in der Küche stehen. Und da keime ich halt gerne alles Mögliche. Mungenbohnen, also Mungenbohnen, diese grünen. Dann Brokkoli, Saaten, Alfalfa. Es gibt ja auch in Reformhäusern und Biomärkten so Sprossenmixe. Oder auch Buchweizen finde ich super zu keimen da drin. Also sowas keime ich dann. Saaten keime ich gerne. Weil das unkompliziert ist. Und mit diesem Glas, dann kann man die zweimal am Tag oder einmal am Tag mindestens wässern. Und dann hat man auch je nachdem zwei, drei, vier Tagen einfach wunderbar frische Sprossen. Und die ist ganz wichtig, dass man die noch mal einmal in Wasser einweicht und ordentlich abspült. Und dann, dass so diese Häute, diese, ja, ich sag jetzt einfach mal Häute, sich davon noch mal lösen. Weil die sind nicht ganz so gut bekömmlich. Kann man mitessen. Aber wenn man es richtig gut haben will, kann man die noch mal ein bisschen abspülen. Und dann kann man es ein bisschen stehen lassen, dass es gut trocknet. Also die müssen nicht ganz trocken sein, aber vielleicht noch mal mit so einem Küchentuch abtropfen und dann in den Kühlschrank stellen. Dann sind die auch einige Tage haltbar. Und dann hast du ja wirklich immer eine super frische Beilage auf dem Brot. Und genau, kannst du so dazu essen. Und dann halten natürlich auch super, super viele wertvolle Nährstoffe natürlich. Wichtig ist, dass sie wirklich frisch sind. Sobald die schon so ein bisschen bräunlich werden, die, ja, die, ja, die verkeimen. Falls ich jetzt bescheuert habe, weil es ja Keimlinge sind, ist das dann schon ziemlich schnell. Also, dass sie Bakterien annehmen. Da würde ich vorsichtig sein, dass du die wirklich nur so drei Tage, vier Tage aufbewahrst, bis sie dann, solange die noch frisch aussehen. Genau. Guck mal hier. Kresse schleimt im Glas. Schleimbesaaten können nicht im Glas gezogen werden. Auch noch mal guter Tipp. Also, wenn ihr reinfragen wollt, ihr könnt auch gerne euer Mikro dann anmachen. Aber ich schaue mir jetzt eben kurz hier durch. Couscous-Salate sind auch toll. Genau. Kresse keimen wie auf einem Küchenpapier. Genau, das habe ich da auch schon mal gesehen. Auf einem Teller, Kresse drauf und los. Küchenpapier muss immer feucht sein. Ich habe es tatsächlich noch nicht. Keimteller geht es gut. Genau. Ja, aber gut. Vielleicht, Beate, machst du dich mal ans Kresse keimen auf dem Küchentuch oder auf dem Teller. Bin mal gespannt. Vielleicht bist du ja in ein paar Wochen der Keimprofi. Dann kannst du ja mal ein Foto machen und in die Gruppe schicken, wie deine Kresse aussieht. Spingt die Katze direkt mit durchs Glas, äh, durchs Glas, durchs, durchs, vor die Kamera, genau. Genau. Gut. Ich würde jetzt hier die Frage noch mal zu dem Wasserfilter beantworten. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht viele auch interessiert, weil das Thema Wasser ist ja nun mal extrem wichtig. Essentiell ist unser Wasser, das Wasser, was wir trinken, weil Wasser einfach für, also unser wichtigstes Transportmittel ist. Also wir transportieren dadurch alle wichtigen Nährstoffe, die wir aufnehmen in die Zellen und transportieren natürlich auch alles das, was der Körper nicht mehr haben möchte, raus. Also deswegen ist es ganz wichtig, dass wir auch möglichst leichtes und gar nicht mal so krass mineralisiertes Wasser trinken. Also es gibt da ja auch die einen so, die anderen so. Also ich bin Fan davon, dass das Wasser gar nicht wirklich viele Mineralstoffe enthält, weil die nehmen wir über die Nahrung auf. Wasser dient tatsächlich zum Hydrieren unseres Körpers, zum Transport der Nährstoffe in die Zellen und zum Abtransport, der, ich sage jetzt mal, Giftstoffe, nach draußen. Und ein Wasserfilter ist tatsächlich das, was ich am aller, aller meisten empfehle, bevor ihr kistenweise Wasser schleppt. Und es ist Wahnsinn, weil ich will, interessanterweise war ich jetzt direkt am Samstag, letzten Samstag noch auf einem Wasservortrag, mega spannend. Und da ging es auch genau darum, dass eigentlich fast alle Mineralwasser, die wir kaufen können, wirklich überhaupt gar keine gute Qualität sind und wir eigentlich von vorne bis hin verarscht werden, weil es einfach oft Leitungswasser ist oder das Quellwasser, was es dann ist, oder diese Quelle gemischt ist mit Leitungswasser. Die haben alle wirklich keine gute Qualität, vor allen Dingen, wenn es in Plastikflaschen daherkommt. Und da gehe ich gleich drauf, auf Laubarmes, Leitungswasser. Also ich kann daher einen guten Wasserfilter wirklich nur von Herzen empfehlen. Das ist einmal eine Anschaffung, die kostet ein bisschen was, aber dann habt ihr immer frisches, gefiltertes, reines Wasser. Einmal im Jahr muss von ein oder zweimal im Jahr, je nachdem, was für ein Wasserfilter euch entscheiden würde, der Filter gewechselt werden und dann könnt ihr damit kochen, dann könnt ihr das trinken und dann seid ihr damit perfekt versorgt. Leitungswasser, es wird ja gerne hier bei uns in Deutschland gesagt, dass es eine gute Qualität hat. Es ist okay, aber es enthält unglaublich viele Rückstände. Die großen Klärwerke, durch das das Wasser geht, die sind nicht in der Lage, die ganzen Medikamentenrückstände und Pestizide oder auch Schwermetalle, die das Leitungswasser einfach enthält, rauszufiltern. Das wäre ein viel zu hoher Kostenaufwand. Das machen die nicht. Die haben auch die Richtwerte, die sind da auch ziemlich niedrig angesetzt, sodass halt immer noch gesagt werden kann, ja, es ist gut. Das ist auch in Ordnung, wenn man es vielleicht mit anderen Ländern vergleicht, auf jeden Fall. Aber es ist keine Qualität, die uns wirklich eigentlich mit dem Wasser versorgt, was wir brauchen. Also der Mensch ist eigentlich daraus ausgelegt, Quellwasser zu trinken. Ich meine, davon sind wir weit entfernt, schon alle nicht mehr Natur in der Leben und auch nicht gerade eine Quelle um die Ecke haben. Aber das ist eigentlich noch so, dass wir uns in den letzten Jahren, Hunderten Jahren so schnell entwickelt haben, dass wir natürlich ganz weit von der Natur leben, aber unser ganzes Organismus gar nicht so schnell mitkommt. Und der braucht einfach gutes Wasser. Und ihr könnt natürlich Leitungswasser, ihr könnt natürlich Mineralwasser kaufen. Das Einzige, was ich da empfehlen kann und was auch noch mal auf dem Wasservertrag bestätigt wurde, ist Plose. Plose, das kriegst du im, oder diese Black Forest Quelle. So, das sind Mineralwasser, die tatsächlich noch empfehlenswert sind, die eine gute Qualität haben, die man in Glasflaschen kaufen kann. Alles andere kannst du wirklich besser Leitungswasser trinken. Das ist dann nicht, dann ist das Flaschenwasser nicht besser tatsächlich. Gut, beim Leitungswasser ist noch die Frage, wir sind die Leitung, die Rohre in dem Haus, in dem du gerade lebst, wenn es ein Altbau ist, dann hast du natürlich noch richtig alte Rohre, und die eventuell noch Bleien beinhalten und so weiter. Ich bin riesen, riesen Fan von dem True Wasserfilter. Der wird geschrieben T-R-U-U. Also T-R-U-U. Ich habe es gerade mal in den Chat geschrieben. Ich kann auch gerne einen Link schicken. Der ist einiges teurer, auf jeden Fall. Ist aber so, dass der extrem, also wirklich alles rausfiltert aus dem Wasser, bis aufs Kleinste, da ist nichts mehr drin. Das gleichzeitig vitalisiert, also wirklich restrukturiert und vitalisiert, dass dieses Wasser Quellwasserqualität hat und dass das auch zellgängig ist. Das heißt, wenn ihr Vitalstoffe zum Beispiel nehmt, oder wenn ihr die Nährstoffe aus der Nahrung kann halt wirklich das Wasser auch in die Zellen transportieren. Es hydriert uns. Es schenkt uns wirklich auch die Feuchtigkeit, die wir brauchen. Und es hilft auszuleiten. Dieser Wasserfilter ist nicht günstig, kann man aber wunderbar finanzieren tatsächlich. Und dann ist es auch, ich sage mal, nach fünf Jahren hat man es raus. Und dann hat man ein Leben lang, außer dass man einmal im Jahr den Wasserfilter, den Filter wechselt, für, ich glaube, 190 Euro, hat man wirklich ein Leben lang Spaß damit und ist mit wirklich großartigem Wasser versorgt. Ansonsten, das ist true, ansonsten kann ich noch Leogant empfehlen. Das sind die beiden Systeme, die ich kenne. Es gibt unzählige, deswegen, da kannst du es viele so wie für sich. Leogant ist günstiger, das kostet so um die 1.000 Euro. Das System, das ist ein Karbonitfilter, ein Kohlefilter, Aktivkohlefilter, der mit einem Verwirbler, also dass das Wasser wieder auch so eine lebendige Struktur bekommt. Aber ihr müsst euch vorstellen, Quellwasser geht ja durch alle möglichen Gesteine und so weiter. Dadurch energetisiert sich dieses Wasser, also kann uns auch Energie schenken tatsächlich. Und das Wasser, was wir aus der Leitung ziehen oder in den Flaschen ist, das steht halt. Das ist im Grunde ein Tod in Anführungsstrichen. Klar, löscht das unseren Durst, aber wenn wir wirklich eine gute Qualität wollen, würde ich eine dieser beiden Filter empfehlen. Sind das zwei Herzensempfehlungen. Genau. Falls ihr euch zum Beispiel für diesen True Filter entscheiden solltet, meldet euch gerne nochmal bei mir. Ich kann euch da nochmal den Kontakt herstellen. Genau. Oder euch nochmal ein bisschen Näheres dazu erzählen. Gut, hast du eine bestimmte Empfehlung? Können diese Filter... Ach so. Ach ja, genau. Das ist tatsächlich so. Das habe ich gerade schon beantwortet. Gerade dieser True Filter ist auf jeden Fall meine Herzensempfehlung. Da kann alles draus filtern. Also Medikamente, Mikroplastik, Blei, Kalk, Pestizide, Schwermetalle. Also der ist wirklich großartig. Und das ist Wasser. Wenn ihr das einmal getrunken habt. Hast du den auch? Ich sehe gerade hier so einen Finger hoch. Aber dieses Wasser ist ein Traum. Das ist ein Unterschied. Trinkst ein Glas Leitungswasser und trinkst ein Glas von diesem True gefilterten Wasser. Du hast das Gefühl, boah, mein Körper, der will das richtig. Und dann ist es auch gar kein Problem mehr, zwei, drei Liter am Tag zu trinken. Das ist es nämlich. Dass wir oft unser Wasser natürlich... Auch viele sagen ja auch, ich mag nur Wasser mit Kohlensäure. Das ist aber auch wieder eine Verarsche. Letztendlich, weil Kohlensäure blockiert unsere Geschmacksknospen auf der Zunge. Und deswegen schmeckt uns das Wasser dann, das wir trinken. Wir brauchen diese Kohlensäure, damit wir sagen können, damit wir das Wasser trinken, damit es uns schmeckt. Also ich trinke auch gerne Wasser mal mit Kohlensäure. Aber grundsätzlich, um das zu erreichen, was wir uns wünschen, also Hydration und Abtransport, brauchen wir ein stilles, klares, reines Wasser. So, jetzt könnte ich hier noch stundenlang drüber referieren, aber es gibt hier vielleicht noch andere Fragen. Welche Menge filtert er in welcher Zeit? Was genau ist damit gemeint? Also wie lange es dauert, einen Liter vollzumachen durch den Filter? Oder wie lange so ein Filter... Ihr könnt auch gerne euer Mikro anmachen und reinfragen, weil das sind ja jetzt gerade so die... Brita haben wir, einen Brita-Filter. Ja, da kann ich auch noch was zu sagen. Also Brita-Wasser-Filter halte ich gar nichts von. Kann man machen, um Kalk rauszufiltern, aber... Könnt ihr euer Mikrofon einschalten selber oder muss ich das irgendwie freigeben, falls ihr reinsprechen wollt? Ich weiß es nicht. Nur mal so als Hinweis. Oder ihr schreibt es in den Chat. Ach so, die sind zentral gesperrt. Okay, ich hatte die vorhin gesperrt, weil es so viele Hintergrundgeräusche sind. Dann mache ich die mal eben wieder für alle an. Aber dann bitte ich euch, wenn ihr nicht sprecht, eure Mikros auszumachen. So, jetzt habe ich die eigentlich zugelassen. Ich sehe die zwar teilweise immer noch ausgeschaltet. Die sind aber zugelassen. So. Bitte, ich habe sie freigegeben. Ach so, wie lange ein Liter, in welcher Zeit? Also bei dem True-Wasser-Filter ungefähr eine knappe Minute für ein Liter. Also da kann man auch zum Beispiel, bei dem True-Wasser-Filter ist das auch zum Beispiel so gedacht, dass da gibt es große Blauglas-Flaschen, die man sich dann sogar in fünf Liter oder ein Liter, zwei Liter, wie man es möchte, dass man zum Beispiel sagt, man macht einmal im Tag irgendwie zwei, drei Liter voll oder sogar für mehrere Tage in diesem Blauglas kann das stehen bleiben, damit man nicht immer wieder frisch zapfen muss. Genau, also das ist gar kein Problem. Das dauert jetzt nicht stundenlang. Ja. Gut. Das sind jetzt auf jeden Fall schon mal die Fragen, die ich mir notiert habe, die vorab gekommen sind. Wozu Blauglas? Ach so, Blauglas deswegen, weil das Wasser dadurch gut vor Licht geschützt ist und einfach tatsächlich länger frisch bleibt. Wenn man, weil das bei True zum Beispiel über den Filter so gedacht ist, damit man nicht, weil zum Beispiel jedes Mal, wenn du dir so einen Hahn aufdrehst, da ist ein extra Hahn, so ein kleiner extra Hahn, kann ich euch auch noch einmal zeigen hier. Ich habe ja hier auch so ein Filter hier, könnt ihr das sehen. Da ist nämlich noch mal so ein extra kleiner Hahn hier. So. So. Und den stellt man, das ist separat quasi, neben dem ganz normalen Spülwasser, sage ich jetzt mal, weil das natürlich langsamer läuft, stellt man den Hahn an und sollte ihn halt zwei Minuten laufen lassen, zum Beispiel, damit erst mal alles durchgespült wird und dann kann man das Wasser trinken und es ist nicht dafür unbedingt gedacht, dass man sich immer daran frisch ein Glas Wasser zapft, sondern lieber die Flaschen voll macht. So. Und dann hat man immer frisches Wasser. Also, ganz großartig. Genau. Habt ihr sonst noch Fragen? Ja. Hi. Hi. Ich frage mich. Ich sehe jetzt nur, dein Name, ich sehe jetzt, ich sehe jetzt, ich sehe jetzt nur hier, Köhler, ich würde dich gerne vorne ansprechen. Dina. Hallo, Dina. Genau. Ich hatte, und zwar habe ich eine Frage mit der Kalorienzählerei. Ja. Und zwar ist es so, ich habe meine Smartwatch, also meine Fitbit-Uhr verbunden mit der App, die ihr empfohlen habt. Die FTDB-App. Genau. Und der rechnet die quasi immer, die Kalorien, die ich verbraucht habe, quasi verrechnet die mit den Kalorien, die ich gegessen habe. Mhm. So, also was heißt, ich habe manchmal, keine Ahnung, ich habe einen Grundwert von 1550 Kalorien. Das wäre das, was ich so diätisch ausgerechnet habe. Ja. Wenn ich jetzt 600 Kalorien verbrauche, wird es quasi nachher wieder verrechnet. Also hast du dann auch 900 über oder so? Genau. Okay. Habe ich ganz viel über. Und ich hatte zeitweise, also ich merke, jetzt habe ich die letzten Tage relativ viel, bin ich sehr stark Fahrrad gefahren. Dann merke ich, dann habe ich auch richtig Hunger. Dann merke ich das, da muss ich einfach mehr essen. Ja, ja. Ist auch wichtig dann. Genau. Und das ist für mich die Frage, weil ich laufe zum Beispiel sehr viel. Also ich komme locker auf meine 10, 12.000 Schritte am Tag. und das verrechtet sich natürlich alles. Und ich habe hier ein paar Tage gesessen und hatte abends dann 3, 4, 500 Kalorien oder so zu wenig dann zwischendurch gegessen und saß da vorm Teller und habe gedacht, Alter, ich bin echt satt. Ich kann nicht mehr. Also ich habe jetzt echt richtig einen guten Rhythmus mit dem Essen gefunden. So mit 3 Mahlzeiten. Ich muss eigentlich nicht noch so dieser Abendhype, noch was nachlegen zu müssen, ist echt nicht mehr da. Das finde ich richtig cool. Aber ich sitze dann da und die App sagt mir, du hast Hunger, mindestens noch 600 Kalorien. Und ich denke, App, du lügst. Das kann nicht sein. Weil wir sollen ja auch nicht auf der anderen Seite in diesen Hungermodus reinkommen. Genau, ja. Was mache ich jetzt? Ja, also ich würde jetzt, ich antworte jetzt mal so intuitiv, weil ich jetzt auch nicht, da ist Tom so der Spezi, was diese ganze Berechnung und FTDB angeht. Aber ich hätte jetzt sofort, wenn du dich gut fühlst und keinen Hunger hast, dann signalisiert dir das dein Körper eigentlich ja auch. Also wenn du, ich meine, sind deine Mahlzeiten denn proteinreich auch? Oder was isst du zum Beispiel dreimal am Tag? Was ist das ungefähr? Morgens zum Frühstück, mittags und abends nur mal so ganz grob. Also ganz grob, ich esse morgens, das hat sich gut eingegruft, entweder einen selbstgekochten, veganen Porridge mit entweder so ein bisschen getrockneten Früchten rein und Mandeln. Ich esse relativ viel Mandeln und Nüsse. Im Moment esse ich einen Sojajoghurt mit Mandeln, Sesam und Haferflocken. Ein bisschen Obst dazu. Also Obst jetzt immer zu den Mahlzeiten, zwei Portionen Obst, aber entweder mittags als Nachtisch oder morgens als Frühstück. Mittags esse ich kalt auf der Arbeit. Ich bereite mir dann irgendwie Vollkornbrot oder was weiß ich, Pumpernickel oder irgendwie so ein Zeug vor und relativ viel Gemüse, so Mörchen oder was. Also viel, was man so wegknabbern kann, Paprika, Kohlrabi, so ein Zeug, einfach auf der Hand zum Wegessen. Und abends kochen wir warm. Und da ist es relativ unterschiedlich, weil wir ein Sechs-Personen-Haushalt sind und das ist auch definitiv unrealistisch, dass ich für mich selber koche. Habe ich auch, ehrlich gesagt, keinen Bock drauf. Aber wie gesagt, ich esse sehr viel Gemüse, wir essen sehr viel Vollkorn. Also wenn wir Nudeln essen, überwiegend Vollkorn-Sachen. Ich habe meistens einen Kohlenhydrat-Überhang. Ja. Aber eben auch, weil ich morgens halt dann zum Beispiel selbst einen Sojajoghurt, der hat nicht diese Menge an Eiweiß, als wenn ich einen normalen Joghurt esse. Aber du kannst aber auch einen normalen Joghurt essen. Also vielleicht nicht unbedingt jeden Morgen. Also ich plädiere jetzt gar nicht unbedingt, dass es jetzt alles vegan sein muss. Also da von dem tatsächlich bin ich auch so ein bisschen runter. Und deswegen, wenn dir zum Beispiel nach mal einem Quark oder nach einem Joghurt isst, also ich bin eher dann auch, bin dann auch wieder schnell bei dieser energetischen Sache. Mir ist jetzt im Winter zum Beispiel gar nicht nach so was Kaltem morgens. Also dann bin ich auch eher beim Porridge oder tatsächlich auch ein Rührei aus zwei, drei Eiern. Das sind schon mal gute Proteine. Oder machst, wenn du da ein bisschen auf Kalorien reduzieren runterzellulizieren möchtest, nimmst du zwei Eiweiß und nur ein Eigelb oder drei Eiweiß, ein Eigelb, dann hast du halt mehr Proteine, hast aber weniger Fette zum Beispiel. Fette sind aber auch wichtig. Also ein Rührei-Frühstück kann halt auch sehr, sehr sättigend sein, hat gute Proteine. Also aber wenn dir jetzt, wenn dich jetzt, wenn dich das morgens dieser Porridge natürlich nährt und du jetzt zum Beispiel satt bist bis zum Mittag, hätte ich jetzt eher gesagt, bei dem Mittagessen dürfte es ein bisschen proteinreicher sein, je nachdem, was du halt abends isst. Es gibt ja auch noch die Option vielleicht so ein, wirklich so ein Proteinshake hinzuzufügen. Oder halt abends, also es gibt ja das Vivo Life zum Beispiel, was ich gerade reingegeben habe, finde ich, ist ein gutes Pulver. Zum Beispiel, um halt morgens auch den Porridge zum Beispiel, das mache ich auch gerne mal, mit so einem Löffel Proteinpulver dann unterzumischen. Dann hast du direkt mehr Proteine drin und genau zum Beispiel und abends dann halt vielleicht wirklich eher zu gucken, vielleicht da nochmal die Proteine eher zu erhöhen und nicht so viele Kohlenhydrate, dass der Körper eher die Energie, was den Protein nimmt. Hast du denn das Gefühl, dass du denn auch Gewicht reduzierst gerade? Bist du damit zufrieden gerade oder hast du das Gefühl, du stagnierst? Also es kam nicht so richtig ins Rollen, aber ich glaube, ich habe auch ein großes Problem mit Wassereinlagerung. Also es ist auch vieles ehrlich angefressen. Ich will jetzt alle nicht schönreden, aber ich hatte vor Weihnachten noch meine Kortison-Stoßtherapie und hatte auch Sehnscheidenentzündung, habe Rheumamittel genommen, also verschrieben gekriegt und ich sah zum Teil im Gesicht morgens schon alleine aus wie so ein halber Pfannkuchen und ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Problem, das kommt jetzt aber viel durchs Fahrradfahren weg. Ich esse schon auch Fleisch, ich esse gerne auch Fleisch, auch Fisch und so. Das hat sich für mich so gesagt, auch weil es ja auf die Wechseljahre zugeht und da soll Soja gut sein, dass ich eben morgens diesen Soja-Joghurt gegessen habe oder esse. Ich mag es auch gerne, weil ich die Zuckerfreie auch gut finde und ich habe jetzt eine Sorte gefunden, die zuckerfrei ist mit Obst und wirklich gut schmeckt auch. Ja, cool. Und so im Moment habe ich das Gefühl, es hat sich so essensmäßig eingegroovt und jetzt bin ich bewegungsmäßig auch sehr gut dabei, dass diese ganzen Gelenkprobleme gerade wirklich im Prinzip weg sind oder fast weg sind mit Gymnastik und Fahrradfahren ist gut für die Hüften und Blanen und ich denke, dass dann jetzt merke ich, wie es so von einer Gewichtsreduktion auch gut ins Rollen kommt. Ah ja, gut. Dauert ja auch erstmal, bis der Stoffwerk sich umstellt und vor allem dieses Kortison macht ja auch erstmal was im Körper. Und wenn du sagst, Wassereinlagen, das muss auch erstmal raus, da braucht der Körper erstmal ein bisschen Zeit. Aber beobachte das nochmal mit diesem Kaloriendefizit, was du jetzt denkst und schreib sonst gerne mir oder Tom nochmal irgendwie in ein, zwei Wochen, je nachdem, ob es immer noch so ist und du hast auch das Gefühl, wenn da so eine Stagnation ist, schreib mir gerne nochmal. Können wir da nochmal vielleicht auch in so einem Q&A oder so drauf eingehen oder in der Sprechstunde. Und sonst würde ich jetzt erstmal sagen, wenn du das Gefühl hast, du bist satt und gut versorgt, ist es erstmal okay. Weil wenn du dir jetzt noch was reinzwängst, dann höchstens dann wirklich eher gucken, dass du guckst, dass du vielleicht ein bisschen weniger Kohlenhydrate und dafür ein bisschen mehr Proteine halt zu dir nimmst. Das ist dann schon, genau, aber nicht komplett auf Kohlenhydrate verzichten, das muss nicht sein. Nee, das wäre ich auch zu faul zu. Nee, schwenkt ja auch zu lecker. Wollt ihr auch noch was machen? Ja, sehr gerne. Ich mach mal mein Mikro wieder aus. super. So, noch jemand mit einer Frage hier? Ja, ich hätte noch eine Frage. Ich wollte mal... Warte mal, ich schau mal eben gerade, wo du hier bist in meinem... Achso. Dann kann ich dich nämlich mal... Ja, aber Video kannst du nicht machen. Alles gut, ich wundere... Hast du kein Video an? Nee, nee, hab ich sowieso aus. Achso, alles klar, okay, dann musst du ja auch gar nicht, aber dann schieß los. Ja, Kasper, genau. Ich mach jetzt seit drei Wochen ungefähr so Keto-Diät unter 50, also maximal 50 Gramm Kohlenhydrate. Ich weiß, das ist... Man kann auch weniger machen, aber mir funktioniert das super gut. Ich hab jetzt auch den Testen und bin immer in einer relativ hohen Position da, irgendwie zwischen 40 und 80. Und genau. Und jetzt hab ich irgendwie gedacht, so nach drei Wochen auch keine Süßigkeiten essen und so hab ich mal gesehen, es gibt auch so alle möglichen Rezepte für Keto-Süßigkeiten. Da hab ich mich jetzt mit verschiedenen Zuckern auseinandergesetzt und bin mir aber auch nicht so sicher. Also dann hab ich gesehen, Erythrit soll irgendwie ganz okay sein, aber da gibt's auch irgendwie kritische Studien zu. Also ich weiß nicht, wie du das siehst. Das würde mich einfach mal interessieren, weil... Ja. Ich hatte gedacht, einfach mal, um das auszuprobieren, mal irgendwas herzustellen und mir das mal... Aber ich hab sonst noch nie... Also ich nehm sonst gar keine Süßstoffe und ich achte... Das war auch schon davor so, also ich esse eigentlich keine Sachen, wo aus Partan drin ist oder sowas, weil ich... Ja, das ist schon mal sehr gut. Ja, das ist auch so grundsätzlich. Deshalb bin ich jetzt auch so ein bisschen gehemmt, überhaupt das zu machen. Aber ich dachte auch, vielleicht einfach... Ja. Warum nicht, ne? Einmal. Ja. Ich weiß nicht, ob es süß ist, aber irgendwie fand ich das lustig und dachte, da kann ich doch mal experimentieren. Ja, genau. Das wäre meine Frage. Okay. Meine Meinung dazu ist. Ja. Bitte? Ich hab letztendlich... Meine Frage ist, wie deine Meinung dazu ist. Genau. Ja. Also letztendlich finde ich Eritrit auf jeden Fall eine gute Alternative. Du isst das ja nicht in Mengen. Wenn du jetzt so diese Ketosüßigkeiten herstellst, dann kommt da ja jetzt auch nicht Unmengen von rein. Eritrit kann halt, genau wie Xylit, aber Xylit ist ja... Beides sind das ja so Zuckeralkohole, die das sind quasi durch diesen Fermentations... solch so einen Fermentationsprozess. Während der Zuckerherstellung entstehen diese Zuckeralkohole und haben quasi gerade das Eritrit halt überhaupt keine Kalorien und belasten den Blutzuckerspiegel halt auch nicht. Das ist natürlich sehr vorteilhaft, können aber etwas abführend wirken. Aber eigentlich auch nur, wenn man viel davon isst. Daher finde ich, und du isst ja jetzt nicht, wie gesagt, große Mengen davon, finde ich Eritrit echt eine gute Alternative, die du auf jeden Fall nehmen kannst, gerade für diese Ketosüßigkeiten, weil das einfach dann passt, einfach in diese Keto-Diät. Ja. Also daher probiere das gerne mal aus. Ja. Ja, also das ist ja auch, glaube ich, so mit den Mixolid, glaube ich, noch diese einzelnen, einzigen Zuckeralternativen, die da erlaubt sind, Richtung Keto, kannst du das auf jeden Fall ausprobieren. Ja. Das ist völlig in Ordnung. Sollte auch nicht schaden. Ich bin jetzt auch gar nicht so, ich esse jetzt sonst auch gar nicht so Süßes. Ist ja auch schon mal gut, weil vielleicht der Süßhieber so da ist. Genau. Aber ich habe irgendwie gedacht, es wäre doch schön, mal wieder einfach was Süßes zu essen. Dann habe ich mir gedacht, das ist ein so, und dann habe ich ein bisschen was probiert. Ja, okay. Ja, gut, super. Das war meine Frage. Ja, gerne. Schön. Cool. Gerne. So. Noch jemand? Unterhaltung oder beim Chat? Kleiner Tick mal, das war schon. Ah, okay. So, 15 Minuten haben wir noch, ihr Lieben. Ihr dürft gerne noch was fragen. Oder in den Chat schreiben, wenn ihr nicht Fragen möchtet. Würde ich noch eine Frage hinterher schieben. Ja, klar. Hau rein. Also ich mache jetzt diese Woche noch diese Keto-Aid und dann fahre ich eine Woche in Urlaub und dann würde ich eine Woche vorher ein bisschen umstellen. Drei Wochen dann wieder mehr essen als 50 Gramm-Konhydrat. Und ich hatte mir aber überlegt, irgendwie so, vielleicht so um die 100 mal zu essen oder 150. Weil ich würde danach gerne nochmal reingehen in eine Keto-Phase. Und Tom hat mir schon geschrieben, drei Wochen so als Zwischenpause ist ganz gut. Und meinte so, okay, jetzt habe ich mich immer damit beschäftigt, so diesen Übergang hinzubekommen. Also ich hatte gelesen, vielleicht ganz gut, wenn man so nach und nach ein bisschen mehr Kohlenhydrate ist jeden Tag. Also ich weiß nicht genau, ich habe früher schon mal gefastet. So, da ist das für den Körper ja schon krass, wenn man so vom Wasserfasten zum Beispiel wieder auf Essen geht. Und ich weiß jetzt aber nicht, wie das ist mit der Ketose und dann die Umsteller aus dem Stoffwechsel. Das würde mich mal interessieren, worauf ich da so achten muss, einfach für diese drei Wochen. Ja, also ich würde tatsächlich auch das langsam umstellen, dass du nicht jetzt in den Urlaub fährst und weiß ich nicht, Samstags fliegst du oder fährst du und freitags machst du noch Keto und Samstags haust du dir eine Pizza rein, so ungefähr. Und isst irgendwie auch noch eine Pommes oder irgendwie so. Also da würde ich schon gucken, dass du ein paar Tage vorher schon ein paar Kohlenhydrate dazu nimmst, wie jetzt, ich weiß nicht, ein bisschen Ofengemüse oder sowas. Also da guckst du, was welche Kohlenhydrate, wo du Bock drauf hast. Und das halt ein bisschen langsam, ähnlich wie beim Fasten, das ist nicht ganz so krass, dass der Körper eine Möglichkeit hat, langsam wieder aus der Ketose rauszugehen, dass er da einfach die Chance hat, sich umzustellen. Das ist einfach, du kannst es natürlich auch einen harten Cut machen, aber da kann es passieren, dass er dann so ein bisschen Kopfschmerzt und dass der Körper einfach zu viel ist. Dass es dir nicht gut geht. Aber das ist ja auch, wenn es andersrum geht, von der normalen Ernährung, sag ich jetzt mal, in die Ketose, das ist ja auch ganz oft, dass man auch erst dann wieder diese Ketosegrippe, oder wie man das noch nennt, dass man irgendwie auch so ein bisschen Fieber hat, Kopfschmerzen hat, wenn der Körper dann in die Ketose geht. Ja, ja. Genau, deswegen ist es ähnlich, dass du da schaust, dass du halt auch das langsam machst, dass du dir vielleicht zwei, drei Tage Zeit nimmst, auf jeden Fall ein bisschen länger da langsam umzustellen und dann natürlich auch, je nachdem, was du für den Urlaub machst, sondern vielleicht auch, wenn du nachher wieder in die Ketose willst, dass du guckst, dass du es natürlich auch nicht übertreibst. Ja, ja, ja. Aber genau, das will ich auf jeden Fall machen. Ja, super. Also im Prinzip so ein bisschen wie der Einstieg, dann auch, da habe ich das auch so langsam reduziert und dann irgendwie 100, 150 oder so, 150, ja. Ja, sehr gut. Ja, dann viel Erfolg und ganz schönen Urlaub wünsche ich dir dann schon mal. Ja. Okay, jetzt kommen hier noch Fragen. Intervallfasten, wie ist es mit Intervallfasten? Also Intervallfasten ist natürlich eine super Möglichkeit, vor allem unserer Verdauung und unserem Organismus mal Ruhe zu schenken. Es ist tatsächlich aber auch so ein bisschen ein Unterschied, ob Mann oder Frau, weil der weibliche Körper einfach einen ganz anderen Rhythmus hat, einen ganz anderen Hormoneaushalt natürlich hat und zum Beispiel das ganze Intervallfasten, die ganzen Studien werden oftmals, einmal ganz kurz die Mikrofone aus, wenn ihr nicht sprecht, das wäre super. Machen wir gerade hier, sonst mache ich sie wieder aus. Sonst haben wir nämlich, okay, super, danke. Genau, dass ihr so ein bisschen guckt. Also 12, 14 Stunden Esspause sind super. Also beispielsweise abends um 18 Uhr das Abendessen, morgens um 9 Uhr das Frühstück. So, das ist ja eigentlich gar nicht so schwer, weil oft hat man morgens gar nicht so früh so Appetit, aber da habt ihr zumindest schon mal 14 Stunden nichts gegessen. Und das ist super für die Verdauung und für den Stoffwechsel. Da kann er nämlich wirklich schön auch diese Energie in die Ausleitung bringen und so weiter, in die Regeneration vor allen Dingen über Nacht bringen und morgens halt auch noch mal so ein bisschen, morgens hat er auch noch mal so eine Phase, wo der gerne noch mal so die restlichen Giftstoffe ausleiten möchte. Und deswegen tut es auch gut, nicht direkt nach dem Aufstehen sofort was zu essen und da so eine Pause zu machen, aber da auch gucken. Ich kann zum Beispiel von mir reden, dass ich früher, ich bin jetzt 43, genau, und früher, bevor ich Mama war, konnte ich ohne Probleme Interfallfasten machen. Ich konnte manchmal, weiß ich auch nicht, 16 Stunden, 17 Stunden nichts essen morgens. Dann habe ich ab Mittag das erste Mal was gegessen und da habe ich mich total gut damit gefühlt und voller Kraft und jetzt ist es aber so, seitdem ich meinen Sohn habe, der ist jetzt aber auch schon fünf, brauche ich morgens was zu essen. Ich habe natürlich nachher einen anderen Lifestyle, aber ich kann jetzt einfach nicht mehr dieses Intervall fassen. Also ich schaffe schon diese zwölf Stunden, ich schaffe auch easy 14 Stunden, aber ich bin jetzt nicht so, ich muss da jetzt drauf achten, dass ich diese 14 Stunden nichts esse. Also es ist sehr wohltuend, eine längere Pause zu haben, zwölf bis 14 Stunden, aber auch da gucken, wie fühle ich mich damit. Das ist immer ganz wichtig. Wie fühle ich mich selber damit? Nicht nur, weil es vorgegeben ist, angeblich gut sein soll, 18 Stunden nicht zu essen oder 16 Stunden, aber ich quäle mich irgendwie, das bringt nichts. Das schwächt ihr auch euren Organismus mit. Dann lieber eine leichte Mahlzeit essen oder irgendwas, was euch wirklich nährt, dann morgens. Genau. Das ist so mein Tipp, da wirklich selber reinzufühlen. Sehr gerne. Welche natürlichen Zuckeralternativen würdest du empfehlen? Genau, hatte ich ja gerade schon einmal zum Beispiel gesagt, dass Eretritt eine gute Alternative ist. Könnte zum Beispiel dazu, falls ihr uns Cyber Health auf Instagram folgt, da haben wir sogar gerade eine kleine Zuckerserie, da quatsche ich so ein paar Sachen, gibt es ein paar Reels, wo ich so ein bisschen was zum Thema Zucker und Zuckeralternativen erzähle. Bitte noch mal einmal auf die Mikrofone achten. Jetzt mache ich sie wieder aus für alle. Ah, perfekt. Genau, also meine Lieblingsalternative ist tatsächlich, ich nehme gerne Honig, also jetzt zum Backen ist es natürlich so, wenn ihr jetzt was zum Backen haben wollt, ich finde, da kann man auch gut Erythrit tatsächlich nehmen oder Kokosblützucker ist auch gut, weil er einfach auch nicht den Insulinspiegel so stark belastet. Alle Sirup-Arten, Agavendicksaft, also Agavendicksaft ist eigentlich eine ganz große Katastrophe quasi, da kannst du auch schon am normalen raffinierten Zucker nehmen, das ist einfach so industriell und stark verarbeitet und so eine hohe Konzentration von Fruchtzucker letztendlich da drin enthalten, dass es nicht viel unterscheidet von dem klassischen Kristallzucker, der wird halt immer gerne so als der gesunde Zucker bezeichnet, was er leider nicht ist. Ahornsirup ist da ein bisschen besser, weil er einfach ein bisschen mehr Mineralien und Vitalstoffe an sich enthält. Stevia kann man gut nehmen, natürlich ist Stevia-Extrakte aus dem Biomarkt oder Reformhaus oder das ist vermalende Blattpulver, aber das ist von der Süße her mag ich das nicht so gerne. Was wirklich richtig gut ist, eine sehr, sehr gute Zuckeralternative ist, aber auch leider recht teuer ist, ist Jagdkorn-Sirup. Ich habe das mal. Das kennt man kaum. Jagdkorn-Sirup. Der ist aber tatsächlich, wird aus dieser Jagdkorn-Knolle quasi gewonnen und enthält wirklich tatsächlich sogar auch Präbiotika, sogar noch fördern für unsere Darmflora und Ballaststoffe und wirklich Mineralien und Vitalstoffe und belastet unseren Insulinspiegel auch nicht. Ist allerdings ziemlich teuer. Also ich glaube, da kostet es so ein 500 Gramm Glas. Das kommt wie so ein Sirup auch ein bisschen daher, wie so ein Honigglas, 20 Euro oder so. Also das ist wirklich, ja. Aber das ist wirklich ein Zucker, der auch tatsächlich sehr lecker ist, sehr karamellig schmeckt, den man sich vielleicht dann mal gönnen kann, wenn man sich vielleicht irgendwie sagt, ich möchte da einen Löffel durch meinen Quark machen oder so. Genau, das ist schon so ein bisschen so ein Luxuszucker. Ansonsten finde ich, wenn man Richtung, ich möchte meinen Insulinspiegel nicht belasten geht, finde ich erythrit halt einfach gut, aber da gucken, dass es nicht zu viel wird, weil das auch wieder abführen wirken kann. Oder Kokosblütenzucker, finde ich ganz gut. Dattelsirup ist auch okay. Ist auch wieder so ein Sirup. Stevi, habe ich schon gesagt. Genau, das wären so meine liebsten Alternativen. Aber schaut mal bei Cyber Health, bei Instagram, da habe ich noch ein bisschen was drauf gequatscht dazu. Sonst könnte ich die Videos auch mal in die Gruppe stellen. Wir wollen es nur nicht zu viel überladen, die ganze Gruppe. Da sind jetzt schon so viele Infos drin. Bei mir wurde gestern Laktoseintoleranz festgestellt. Im Gruppen weiß ich Bescheid, habe mich aber noch nicht intensiv damit beschäftigt. Hat das Einfluss auf das Abnehmen? Nö, das hat keinen Einfluss auf das Abnehmen. Nee, also Laktoseintoleranz haben ja eigentlich viele. Haben wir von Natur aus eigentlich auch irgendwann, dass wir gar nicht diesen Milchzucker so gut vertragen können. Deswegen ist es immer gut, dass wir nicht zu viele Milchprodukte essen, weil es einfach für unseren erwachsenen Darm gar nicht so gut verdaulich ist. Wenn wir jetzt aber tatsächlich eine Intoleranz haben, macht es natürlich Sinn, da wirklich erst mal zumindest eine Zeit lang komplett drauf zu verzichten. Ich würde auch nicht diese, es gibt ja so Tabletten, die man dann nehmen kann, dass man es besser vertragen kann. Die würde ich dann halt wirklich nur nehmen, wenn ich echt eine starke Intoleranz habe und Bauchschmerzen wirklich stark bekomme, wenn ich nur ein bisschen Laktose zu mir nehme und ich irgendwie essen gehe oder irgendwas und ich weiß, ist da jetzt Laktose drin, dann gibt es ja diese Tabletten, die man nehmen kann, damit einfach diese Reaktion nicht so entsteht. Dann ist es natürlich auf jeden Fall gut. Ansonsten hat das gar keinen Einfluss auf das Abnehmen, weil ich dann einfach auf die Milchprodukte verzichten würde, die ja sowieso nicht so wunderbar für unseren Organismus sind und ich ja sowieso immer empfehle, die stark zu reduzieren. Die müssen nicht weggelassen werden. Also Sahne ist, glaube ich, auch so eine Sache bei Laktoseintoleranz. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, 100 Prozent, aber ist sogar Sahne, diese ganzen fetten Produkte, wie Sahne, Schmand oder auch Butter sind sehr zu empfehlen. Die sind natürlich fett, aber davon dann immer so ein bisschen. Das ist in Ordnung. Und ansonsten allgemein ja sowieso immer Joghurtquark und so nicht zu viel zu essen, weil es einfach auch gerne verschleimt und für den Darm halt auch so ein Mittel ist. Hat zwar oft gute Proteine, aber da muss man halt mal so ein bisschen gucken. Ja, genau. Was sollte man beachten? Ja, habe ich ja gerade, denke ich, schon beantwortet. Wenn da noch was offen ist, schreib gerne nochmal. Bei mir waren, Dankeschön, super. Bei mir waren 18, 20 Stunden kein Problem. Nach Covid-Infektion macht der Kreislauf manchmal schon schlapp. Ja, dann achte darauf dich, dass du nicht sagst, okay, früher ging aber 18, 20 Stunden quasi intermittierendes Fasten. Da brauchst dein Körper einfach gerade einfach noch mehr Energie. Also dann gib ihm auch was zu essen und versuch das nicht durchzuheißen, weil dann kommt dein Körper auch wieder in so einen Mangel. Und dann ist genau dieser Teufelskreis, dann geht er in diese Starre, nenne ich das jetzt mal, weil er merkt, okay, ich kriege hier nichts, aber eigentlich will ich doch so gerne und dann gebe ich schon mal gar nicht irgendwas ab. Dann halte ich alles das, was ich kriegen kann. Deswegen wirklich, das ist wirklich so meine Herzensempfehlung, hört auf euch, spürt rein. Man hat ja oft diesen Kontakt zu sich verloren, weil eigentlich gibt unser Körper uns schon die richtigen Signale. Und wenn wir Hunger haben, klar, wenn wir morgens ausstehen und einen Bären Hunger haben und wir haben aber eigentlich um 22 Uhr das Letzte gegessen und wir stehen um sieben auf und wollen schon wieder viel essen, dann ist es schon so ein bisschen, man könnte sich fragen, okay, was ist da los? Dann sollte man vielleicht erst mal was trinken. Oft ist es auch Durst. Der Körper möchte trinken und will eigentlich Wasser und wir verstehen das als Hunger. Also da, deswegen ist ja meine Empfehlung, morgens erst mal trinken. Es muss kein Zitronenwasser sein. Und es reicht auch einfach Wasser, dass erst mal der Körper schön durchspült wird und dann noch mal hinfühlen. Genau. Und auf jeden Fall essen, wenn unser Körper das signalisiert, wenn wir dann gesunden Kontakt wieder haben. Wenn ich faste, darf ich dann morgens früher noch schnell Wasser trinken? Ja. Jetzt haben wir gerade wieder ein bisschen Hintergrundgeräusch. Jetzt ist es aus, sehr gut. Ja, das ist zwar auch letztendlich, wenn man dieses Intermittierende Fasten macht, möchte man in dem Moment ja seinen Darm halt auch die Ruhe schenken. Aber die Flohsamenschalen pflegen den Darm ja auch letztendlich. Also reinigen ihn, unterstützen die Reinigung. Also das ist auf jeden Fall in Ordnung, morgens so ein Glas Wasser mit Flohsamenschalen zu trinken. Ja, auf jeden Fall. Das ist in Ordnung. Ich mache das Mikro mal an. Ich habe meine Handschuhe ganz lange gehoben und möchte auch noch eine Frage stellen. Ja, natürlich. Ja, ich hatte das auch gesehen. Ich hatte nur die anderen Fragen erstmal. Deswegen wunderbar, dass du jetzt hier einfach reinrufst, Kerstin. Nein, ich habe ganz einfach mal jetzt mein Mikro wieder angemacht, weil die Zeit ist ja gleich um. Ja. Hätte da noch eine Frage zu dem Säurebasenhaushalt. Statt Zitronenwasser bin ich ja als euer Vertrauter auch mit diesen Shots sehr konform und nehme also früh manchmal dann lieber vorher so einen Orangen-Ingwer-Shot. Ist das auch gut, um den Säurebasenhaushalt damit anzukurbeln, ehe man dann zum Frühstück geht? Ja, klar. Auf jeden Fall. Gerade Ingwer und Kurkuma-Shot oder Ingwer-Shot, das kurbelt ja gerade Ingwer, kurbelt ordentlich den Stoffwechsel und die Verdauung an. Also auch auf jeden Fall gut. Ich würde nur trotzdem ein Glas Wasser vorher trinken. Okay. Nicht als allererstes, weil das ist, letztendlich ist dieser Shots auch wieder wie so ein Nahrungsmittel, kannst du sagen. Natürlich in flüssiger Form und erstmal möchte dein Körper morgens eigentlich erstmal Wasser. So, ich mache das immer gerne warm, lauwarm. Okay. Es muss auch kein Zitronenwasser sein, das ist gut. Hier kommt vielleicht noch eine Frage, die beantworte ich jetzt auch gleich. Aber eigentlich ist einfach ein Glas lauermes Wasser, ein großes Glas erstmal das Beste, was du deinem Körper morgens schenken kannst. Da freut er sich. Ich habe trotzdem noch eine Frage zu deinen Vorreden zum Zucker. Stellt ihr wieder den tollen Podcast mit der Doktorin ein zum Thema Zucker in eurem diesjährigen Kurs? Ihr hattet voriges Jahr einen super Podcast extra special nur ums Thema Zucker. Das war so super. Den habe ich zu spät, den habe ich mir nicht gesichert und da frage ich deswegen an. Aber der war von uns, von Cyber Health. Dann müsst ihr da ja ja... Ja. Aber ihr habt ja so tolle Podcasts und ich habe den vom Zucker nicht mehr gefunden, diese Specials dann immer. Okay. Das notiere ich mir direkt mal. Ich habe den jetzt auch gerade nicht auf dem Schirm. Das war mit einer Ärztin und die hat da zum Zucker also ganz hervorragend und das wäre super, wenn ihr den wieder einstellen könnt. Ja, auf jeden Fall. Wenn wir den gemacht haben, dann haben wir den. Und zum Thema Intervallfasten. Webinar und Q&E sind die besten Methoden, um gleich mal mittwochs und donnerstags total ins Intervallfasten zu kommen, denn außer schönem Portet gibt es dann immer nichts mehr nach dem späten Nachmittag, halb fünf. Und dann sind wir so spannend, dass man dann gar keinen Hunger mehr hat. Das ist ja wunderbar. Das freut mich. Danke. Ja, guck mal, das ist doch schön. Dann hast du zum Halbzimmer einen Tee getrunken oder hast du was gegessen und dann, jetzt gibt es nur noch Tee und dann gab es morgen früh über deinen Frühstück. Perfekt. So ist es. So kann man es natürlich auch machen. Sehr schön. Cool, danke dir. Bitte. Und Podcast checke ich und gebe ich rein und dann kommt er natürlich auf jeden Fall nochmal in eure Gruppe. Das wäre super. Gut, danke nochmal für den Hinweis. Machen wir. Eine Sache jetzt noch. Hier Zitronenwasser gibt es einen Trick mit dem Wasser besser verträglich wird. Wenn jetzt zum Thema Zähne kann ich sagen, natürlich nicht direkt nach dem Zähneputzen, weil die Zähne natürlich dann noch so ein bisschen aufgeraut sind und es muss auch nicht fehlen. Spritzer reicht. Also irgendwie so ein bisschen mehr als ein Spritzer. Es muss jetzt nicht eine halbe Zitrone auf einem Glas Wasser sein. Das ist natürlich schon sauer. Und ihr könnt das zum Beispiel auch mit dem Strohhalm trinken. Dann werden die Zähne, ich habe zum Beispiel Strohhalm aus Glas oder die kannst du ja immer wieder verwenden und könnt das dann trinken. Dann werden die Zähne nicht, kommen damit nicht in Berührung. Wenn es aber mit dem Magen ein Problem ist und ihr morgen einfach dann irgendwie das Gefühl habt, boah, das vertrage ich nicht, dann lasst es auch weg. Dann ist es nicht, dann möchte das euer Körper nicht und das ist auch in Ordnung. Es muss nicht jede Empfehlung auf jeden passen. Wir sind alles Individuen, wir sind alle unterschiedlich. Klar geben wir hier viele Tipps rein, viele angemahne Tipps rein, die auch auf die meisten zustimmen, aber natürlich kann es auch sein, dass man einfach das Zitronenwasser morgens nicht bekommt und dann muss ich das auch nicht trinken. Dann darf das einfach nur ein Glas Wasser sein und danach vielleicht ein Kräutertee. Meine Empfehlung ist tatsächlich wirklich so erstmal einfach ein Glas Wasser ohne irgendwas oder halt Spitzer Zitrone. Genau. Also das schaut wirklich. Ah, von Frau Dogfleck, ah ja, alles klar, Anne Fleck, ja, ja, ja. Das haben wir, glaube ich, gemacht, die Schreck im Zucker-Podcast nochmal, da ging es um diesen Test, den wir da auch hatten, diesen Insulintest, glaube ich, die Anne Fleck, ja, den suche ich raus, müsste noch online sein und dann stellen wir den auf jeden Fall nochmal rein. Das machen wir. Du hast ein sehr gutes Eiweißbrot, von Fast Feature Butter, mit viel Protein und kaum Kohlen, das ermöglicht mir ein normales Frühstück, um satt zu sein. Ja, das ist auch schon mal wunderbar. Ich kann euch auch noch ein ganz wunderbares Brot empfehlen, Kringels Kruste, kann man bestellen, ich schreibe es nochmal rein, Kringels Kruste. Gibt es bei mir in Münster oder bei uns in Münster auf dem Markenstand, Kringels Kruste. Die nehmen aber auch Bestellungen an und die liefern aus und auch relativ zügig, ich glaube, monastisch oder dienstags kann man bestellen, dann kriegt man innerhalb von ein oder zwei Tagen hat man das Brot. Das ist auch Keto, das Brot, das ist quasi, hat ganz wenig Kohlenhydrate, das ist glutenfrei, das ist ein bisschen weicher, das ist, ich kann da sehr das Buchweizen oder das Quinoa Brot empfehlen oder das Quinoa, ich schreibe es auch mal eben rein, die sind nämlich ein bisschen heller, die Brote und da hat man wirklich auch fast das Gefühl, man isst so ein, fast schon so ein Bauernbrot, es sind wirklich nur so kleine Laibe, die sind auch nicht so günstig, kostet auch sechs Euro, so ein kleines Ding, aber die kann man erstmal halten, die sich lange im Kühlschrank und man kann sagen, okay, man bestellt sich jetzt vielleicht erstmal so zwei, drei zum Probieren und wenn die richtig, wenn einem die schmecken, könnt ihr direkt eine größere Menge bestellen und dann könnt ihr die wunderbar einfrieren oder ihr könnt das davor in Scheiben schneiden und dann in Scheiben geschnitten einfrieren und dann kann man sich auch immer eine Scheibe rausnehmen, in den Toaster oder auftauen, dann müsst ihr nicht so ein ganzes Leib auftauen, also die kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen, diese Brote, ist auch, ist schon was anderes, wie wenn ich jetzt irgendwie ein schönes Sommertreig-Roggenbrot esse, ne, schon ein Unterschied, aber ist eine super gute Alternative, wenn man ein bisschen Glucin reduzieren möchte, weil es halt auch sehr zuträglich ist für unseren Darm, da einfach ein bisschen das Glucin runterzufahren. Okay, guck mal, es gibt ganz tolle Rezepte auf Chefkoch, Keto und Low Carb, wunderbar. Gut, jetzt haben wir 19,34, eine Frage würde ich noch ernehmen, wenn ihr noch eine habt, ansonsten, genau, jetzt habt ihr noch die Chance, alle jetzt die Chance, wenn noch Fragen da sind, ansonsten, ja, kommt auch gerade nichts im Chat rein, die nächste Möglichkeit ist dann wieder Dienstag um 11 Uhr im Forum, die Sprechstunde, ihr könnt da auch wieder vorab mir oder Tom oder Nicole oder persönlich eine Frage stellen oder einfach halt in die Gruppe rein, als neue Frage eröffnen, genau, falls eure Frage, das kann halt immer mal sein, weil teilweise viele eure Fragen reinkommen, übersehen wird, dass ihr irgendwie was reinpostet und ihr bekommt keine Antwort, also wir persönlich antworten selten drauf, weil wir das nicht alles handeln können, wir sammeln das und geben euch die Antworten dann jetzt im Q&A oder halt Dienstag in der Sprechstunde, dass wir vorab die Fragen beantworten, die reinkommen, also wenn ihr da keine Antwort immer von uns bekommt, nicht böse sein und wenn die Frage, die Antwort dann nicht in einer Sprechstunde oder Q&A kommt, gerne nochmal reinfragen oder nochmal erinnern, dann ist es nicht abschließlich, aber dann ist es vielleicht einfach durchgerutscht, weil teilweise viele Fragen einfach da sind. Gut, wunderbar, ihr Lieben, schön, dass ihr da wart, hat Spaß gemacht, eure Fragen zu beantworten und danke für das Herzchen, ich wünsche euch für noch ein Herzchen, ich wünsche euch noch einen ganz, ganz wundervollen Abend und ja, lasst es euch gut gehen, tut euch die Ruhe an, macht ein Basenbad oder ein Fußbad oder was auch immer oder chillt einfach nur und ja, wir sehen uns nächsten Mittwoch im Webinar, da bin ich am Start und ich glaube, am Dienstag mache ich auch die Sprechstunde, einer von uns beiden, entweder Tom oder ich. Sehr schön, ihr Lieben, lasst es euch gut gehen, einen wunderschönen Abend, bis bald wieder. Tschüss. 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 schönen Abend. Tschüss, euch auch. Danke, tschüss. Tschau, tschau.